hallo hier ist euer klixi und heute spiel mal wie versprochen minecraft die tschel ist so und jetzt play wird und weitere optionen und mit ihm wie das zieht so ist und das wo an und neue welt generieren so die landschaft wird generiert bitches welt wird geladen landschaft wird generiert ja klixi minecraft macht das normales texturmpark von mir selbst gemacht ich hoffe dass die welt muss erst generieren man sieht schon ein geiler sieht also wer sagen soll ich so ein anderes texturpec machen dann sagt bitte weil es mein eigenes und nicht wundern ist dann immer 32 x 32 16 x 16 aber braucht einfach nur also ich muss sagen das sieht an sich schon geil und hier ist gleich darum könnte man sogar ein haus bauen also minecraft let's play mal einer anderen art erst mal ein paar kühe schlachten und die die da ist jetzt sehen meine damaligen kameraden wer bock hat auf minecraft schreibt mir einfach an und wer von euch und zuschauern bock auf minecraft hat schreibt mich einfach an wenn ihr mal so richtig lust hat schreibt mich an bei skype bei den kommentaren und dann edit mich bei skype auf jeden fall steht dann alles in der infobox infobox mit gelbte kommen hermann geht doch so es geht doch nichts als schönes leder so dann gehen wir mal ein paar bäume fällen die jupenbücher baumwolle fehlt hier im spiel ist halt so ne kann man nichts machen ok ach so das sind nur bücher auch mann das leckt extrem gerade ist aber halt so schlimm ich muss ja bei der aufnahme nebenbei mein skype ausmachen nur schlimm 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 und ja mein skin mein neues skin konnen konner oder wie er heißt von das ist es geht ich freue mich schon auf nächsten teil black flag wo das wird himmlisch das ist es gut vor so bin und so wo 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 da fehl ist es gibt nichts besseres als dies ach so und an mein cousin falls er es mal sehen tut wenn du mal bock auf minecraft hast schreib mich einfach an entschuldigung ich bin ein bisschen down heute ich nehme das video gerade äh ja vier ohr vier ohr sechsundzwanzig auf und ich mache das deshalb zu spät weil tagsüber ich meistens stress habe aber das wird bald nicht mehr so sein das wird bald nicht mehr so sein weil meine große schwester ausziehen tut und das ist halt so ne Gott die ist so schlimm richtig schlimm ich frage mich langsam warum ich kein einzig kind bin so schlimm ist das schon naja geschwisterliebe und so es ist halt ne jo 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 geil ich baue mein haus aus hauptsächlich stein falls es einen blitz gibt dann bin ich wenigstens geschützt weil das letzte mal wo ich mal aufgenommen habe äh aufgenommen hat das war schon früher gewesen genau ich könnte jetzt mal so ein altes let's play noch von mir richtig altes da hatte ich noch kiddy stimme da würde man gar nicht den unterschied erkennen weil keine ahnung da würde man ohne scheiß den unterschied nicht erkennen äh doch da würde man sehr starken unterschied erkennen weil ich hab da noch einen alten kanal gehabt und die videos könnte ich mal als fan hochlachen genauso wie dieses COD4 Sniper Montage das war auch noch vom alten kanal ich hatte damals so viele Kanäle gehabt das war richtig schlimm Alter das war eine richtige Sucht Alter so 12 Kanäle nebenbei haha das ist gar nix gar nix ach man komm her Baum komm her Horitz ok weiss ich noch das reichen tut so wir haben jetzt 64 Holz das heißt ich suche mir schon mal ein ach leck das leckt gerade so weil ich gerade ein bisschen hoher Framework aufnehme weil ich bin gerade auf meinem Laptop und das ist daran weil mein PC Virus hatte und das war nicht so toll muss ich eindeutig sagen wollte nämlich für Minecraft ein Mod und da war so ein Installer haben sie geschrieben und dieser Installer der wäre ok wenn ich hier hoch will da muss ich eindeutig ok da muss ich eindeutig etwas hier machen ja und dieser Installer mit Installer hat dann so 800 Orten auf meinem Computer äh gemacht dass die Festplatte überlastet war also aus meinem Desktop und immer wenn ich runterfahren wollte und Systemwiederherstellung ist dann mein ganzes System abgekackt und das war nicht so toll also das war ernsthaft nicht toll also das müsste ich keinem von euch wünschen dass sowas passiert bei euch das war das keine Ahnung ich musste erstmal so ein scheiß Arrowfix beim Windows machen und das war auch echt doof und das würde ich ehrlich gesagt keinem von euch wünschen ach man jetzt bin ich runtergefallen jetzt bin ich voll runtergefallen ey ich will unbedingt da hoch da könnte nämlich ein Wasserfall hin tja sieht vor Söhnen was der nächste Part da gehe ich in eine Höhle ich hoffe das hat jetzt keiner mitgekriegt ich habe außerdem einen Bildschirm ausgemacht hm 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 ach so ich habe ja Bonus drüber angehabt ne ich will mal gucken wo die ist gleich am Anfang Dungeon wollt ihr mich verarscht ok hier kann ich anscheinend gleich so ich gehe dann mal ins Dungeon Alter ich muss mich dann ich muss dann erstmal genug Erde abholen damit ich es hoch kann hoho das wird ein Spaß also ich finde meinen Texturenpack ich mag so eine Art Karton mäßig das mag ich richtig und ich finde das ehrlich gesagt geil richtig geil aber zum Download gehen werde ich es nicht tun made by T-Montor sowas gibt es nur bei mir hohoho so hm 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 down for down sein for the wind Schwanz im Mund ah ha ha trolalalalala so Minecraft werde ich jetzt hauptsächlich let's playen und die anderen sind so Nebenprojekte und die anderen das werden so so wie soll ich sagen Indie Spiele sein werden die verstehen was ich meine äh ok 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 das würde ich nicht überleben äh da esse ich jetzt erstmal was Rohfleisch yay los 50 voll erst mal vollpumpen hier nie oder Plotings ist weg machen denn da ist eine TNT Falle das ist nicht so toll noch eins ok jetzt kann ich unterspringen oh hey gold schon am Anfang so richtig geile Sachen alle finde ich nice Knochen könnte man immer brauchen so Spare Ribs hoho geil und hier müssen Smaragd geil gleich am Anfang ein Dungeon das hat man auch nicht alle Tage und das können wir mal abbauen weil ich das TNT haben will ich will das TNT ey Baby macht mir bitte nie mal zu eh eh okay ich habe anscheinend das ganze TNT wenn ich hier draußen bin war es das erstmal für den ersten Part also für heute und dieses Mal gab es nicht viel zu reden weil ich ein bisschen wohnlos am Ende bin aber ich muss ja Videos ausbringen also darum macht es ja keinen Sinn so eh 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 ja man sieht schon manche Texturen haben sich nicht verändert habe ich ja ohne so ein Internetprogramm gemacht dann musste ich mir merken das kann ich nämlich als Haus nehmen äh 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 bin ich hier nicht reing ach hier bin ich reingegangen he ok ok hier muss ich mir merken mhm 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 kann ich ja also dann schon merken da brauche ich mein Haus jetzt hier hoch ok ok da kommt man generell leicht hoch das müsste kein Problem sein jura angeschrieben vor Subinio äh ne gleich am ersten Part an den Dungeon weil ich will jetzt nicht sagen dass man welchen Seed Vorteile hat also manchmal ist es ja nicht so ne aber Gott sei Dank geil das sieht äh äh so 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 diese kleinen Dinger geil hier ist sogar noch ein bisschen flach das finde ich nice und ich würde mal sagen oh ich würde dann gleich mal sagen ich würde dann gleich mal sagen ja ich wiederhole mich ne wie war das wohl nun mal das weg genau so was so war das doch alles drin und ja euer Flair äh ja Flair bin ich schon mhm euer Clixi verabschiedet äh verabschiedet sich jetzt äh und jo aha mh okay und tschüss Leute haut drin und tschop ja te 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 to sh j